Irene wird, haben Sie Geld daran gelegt? Nicht gut. Wir haben es für Betrug. Haben Sie Geld daran gelegt? Dann werden Sie wissen wollen, ob Sie überhaupt eine Chance haben, dass Sie Ihr Geld zurückgehalten. Schauen Sie sich also diesen Film an, bis zum Ende. Am Ende verrate ich Ihnen, welche konkreten Möglichkeiten es gibt, wie wir Ihnen Ihr Geld wieder besorgen können. Hallo, ich bin Hannigan Waldjoch und das Thema Iron Bid, eine Fantasiefirma. Kein Cent von Ihrem Geld wurde jemals investiert. Alles ist Lüge. Ein Betrug pur. Zahlen Sie auf keinen Fall mehr ein? Sie haben keine Chance, dass Sie auf diesem Wege Ihr Geld zurückbekommen können. Was können Sie denn tun? Manche gehen zur Polizei. Da würde ich sagen, eine nette Idee, aber nicht zielführend. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Vorrangig der Bestrafung der Täter. Jeder weiß das eigentlich. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen einen anderen Weg. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich gerne an unter 030885 97770 oder besser noch. Füllen Sie den Fragebogen aus. Gehen Sie auf unsere Webseite finden. Gehen Sie also auf die Webseite. Folgen Sie dem Link. Dort finden Sie noch viel mehr Informationen zum Thema Iron Bid, als ich Sie in diesem kurzen Film geben kann. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung, wenn Sie den Fragebogen ausfüllen. Und wir sagen Ihnen mit dieser Einschätzung, ob wir den Fragebogen überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn ja, was wir konkret machen und was es kosten will. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung bekommen Sie dann eine Grundlage von Fakten, auf der Sie Ihre eigene, autonome Entscheidung treffen können, warum es für Sie sinnvoll ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017